Wo ist denn der Verrückte? Ja, guck mal, da sitzt er schon im Heli. Da sitzt er schon im Heli. Damit geht das nämlich schon mal los hier. Ne? Ja, so ein Feuerball da draußen. Guten Tag, Alf. Guten Tag. Und Damen, herzlich willkommen zu Football Jawolski. Wer hat's erfunden? Die Schweizer. Ja, ich finde das unfair, weil ich kenne mich hier überhaupt nicht aus. Ich weiß auch nicht mehr, was ich hier gemacht habe. Ach, hör auf, das ist alles unfair. Ich weiß ja nicht mal, wo du bist. Tja, hast Pech? Ne, ist nicht Pech. Du hast einfach Pech. Ne, ich weiß ja nicht mal, wo ich bin. Ich weiß ja nicht mal, wo du hier rumstreunerst. Streuni, streuner, streunier. Ich weiß ja nicht mal, wo die guten Waffen sind. Es gibt keine guten Waffen. Das ist unfair. Wo ist denn der Verrückte? Ja, guck mal, da sitzt er schon im Heli. Da sitzt er schon im Heli. Damit geht das nämlich schon mal los hier. Ne? Ja, so ein Feuerball da draußen. Ach, ey, ist das geil. Alf. Aber so wie ich mich kenne, killst du mich noch. Ach, da unten steht er jetzt, weiß ich, wo er ist. Da holt er sich den fetten Heli, ey. Ich hab nicht mal genug Schuss im... Oh, fuck. Hat er Panzerglas, ey. Was hat der denn da für den Heli genommen? Den kann nur ich erreichen. Ja, genau das ist das nämlich, ey. Und ich laufe jetzt 10 Minuten rum auf der Suche nach irgendwelchen Waffen. Hier gibt's keine Waffen, nur den Heli für mich. Ach, da... Da! Streulert er rum, der Alf. Der Dach denkt, er kann mich hier schnell fertig machen. Oh, nein. Nein, 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 nein. Ach, Mist hier, ey. Es gibt ja echt nur... Es sind so viele Häuser, die muss ich wegmachen. Es gibt ja echt nur Kackscheiß-Waffen hier. Nix, was man gebrauchen kann. Ey, das ist so unfair. Hahaha. Hahaha. Oh, geil. Oh, nee. Das ist eine schlechte Idee. Ich kann sich ihren Schutzen verlassen. ARD! ARD! Ich kenn die Map ja nicht mal. Ooooooh. Ups. 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 Wo steht er denn? Da steht ja der Herr. Der Herr Alf Puschen. Da kannst du nix machen ey. Was kann man da nix machen? Nix machen. Nix machen? Oh 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 oh. Ups. 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 Nein! Stirb! Nein! 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 Sch**e! Nein! Nein! Ja, aber nein! Nein! Wie unfair! Unfair! Das war doch nicht unfair. Du kannst den Heli genauso, reicht mich. Gibt wahrscheinlich nur wieder einen, ne? Lächerlich, ey. Weißt du, anstatt eine faire Map zu gestalten, ne? Das ist doch eine faire Map. Wo ist die Web denn fair? Der Schnellere bekommt den Heli. Ich weiß doch nicht mehr, wo das Scheißding steht. Der nennt da das Ding Footballplatz Jaworski. Ja, wir haben ja am ersten Mal einen Maxi gehen können hier. Ja, lächerlich. Das sagt er auch noch, wer das Ding schneller erreicht. Der Heli steht hinter dem Footballplatz. Das war ganz klar. Deswegen heißt das Teil auch, ihr Football Jaworski. Das ist echt so ein Rotz, ey. Wo ist er denn? Der Alf, da ist er! Nein, nein, nein! Nein! Du Trottel! Gibt es zwei Helix oder wie? Nee. Das ist so lächerlich, ey. Jetzt weiß ich aber, auf welchem Niveau wir angekommen sind, was das Map bauen angeht. Ja, ich hatte keine wirkliche Lust. Ich hatte keine wirkliche Lust. Das blende ich jetzt jedes Mal ein, wenn ich dich erschieße. Ich hatte keine wirkliche Lust. Ist das lächerlich, ey. Wer zuerst da ist. Hat man überhaupt eine Chance, mit den vorhandenen Waffen diesen Heli abzuknallen? Nee, ne? Doch. Du hast doch einen Sniper. Ja, wo ist die denn bitte? Die kann man erreichen. Ich hab's ausgetestet. Ja, wie soll ich da dann hochkommen? Dann kann man hochkommen. Ich hab's ausgetestet. Du bist so ein Schnacker, ey. Doch, wirklich! Da kommt man definitiv hoch. Mein junger Freund. Oh, fuck! Oh, fuck! Denkst du denn, ich bin blöd? Denkst du das? Ah, ich weiß schon wo der nächste Tennisplatz ist. der ist nicht daneben einfach nur geil ich glaube ich mache den heli hier weg dann wird spannender dann weiß aber keiner mehr warum das ding footballplatz jawollski heißt wenn du den dings da weg machst warum der footballplatz da sind doch die besten waffen auf dem footballplatz scheiße ich hab nur die wichssniper er hat schon wieder irgendwelche und soll ich dir sagen wo die wo ich die her habe den die granaten es ist mir alles so scheißegal diese märkte auf dem ballplatz naja lächerlich die 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 wie steht zwar 21 ich bin auf deiner map ich habe gedacht du hast du sniper land wo soll ich die denn herrn nehmen hast du nicht geschafft die snipe auf man kommt auf dieses scheiß bepisste doch nicht doch kommt man nein kommt man nicht soll ich dir zeigen ach ist mir scheiß egal was du mir zeigst da kommt man rauf ich hab's ausgetestet du hast ausgetestet dass mir den heli mit den knarren die man ja das ist narren geil ich hab ich hab die sniper so eine lieblose map hier ich finde die geil es ist denn daran geil alles du musst halt bloß wissen wie du die map spielst zwar fühlst du noch aber ich sag noch weil es so ist mein junger freund ja 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 das war ja einfach jetzt hast du den heli gesehen ne ne welcher heli der stand da vor dir ne hab ich nicht gesehen da war der heli ne ne da war er nicht ich denke beim fußballplatz ich wollte auf den fußballplatz rauf gerade da sind geile waffen ja ja da geh ich jetzt zuerst hin nö das schaffst du nicht mein junger freund diese scheiß so lieblos hingeklatschten map hier also leute schreibt mal unten in die kommentare findet ihr die map geil ne er hat sie erstellt muss man dazu sagen ich weiß hier gar nix ja und wieso ist mein auto eigentlich 100 meter weit weg weil du einen kürzeren weg hast das ist lächerlich ist alles durchdacht hier mein freund du kannst doch nicht denken sagt der der Alf Buschner heißt wo ist hier ein heli sag jetzt nicht du findest den heli nicht so ein stricher alter ey boom 3 2 er hat die maps schon genau so geplant hab ich nicht das war jetzt Zufall dass ich da das war Zufall ey boom also auf dem niveau sind wir jetzt wo wir hier die maps absichtlich so machen dass der andere keine Steine satt absichtlich mhm jeder hat gleiche Chancen mein freund wo das denn du hast du hast ne Sniper dein ich hab ne Sniper Runde 1 fliegt da mit dem heli los das ding heißt footballplatz jawolski wo ist hier der fußballplatz hallo wolkenkratzer 2.0 überhaupt nicht ne die stopp da war auch kein fußballplatz hab ich auch nicht gesagt ach ist das geil was ist denn daran geil ist das herrlich leck mich doch am Arsch Das habe ich mir hier festgefahren. Jetzt fängt er da an zu snipern. Das ist was geil. Jetzt habe ich nur einen Sniper. Wie soll ich dich denn damit angreifen? Das hat er gewusst. Habe ich gewonnen? Ja, die Map ist ja sowas von scheiße. Wie kannst du dich darüber freuen? Weil du hier sowas Unfaires zusammenbastelst. Das ist doch ein Lecherling. Alf, du bist jetzt im Bohrradanzug bei mir. Warum das? Das ist unfair. Alf, du hast einfach nicht gut gespielt. Gefällt schlecht. Nicht gut gespielt? Das ist doch einfach ein Rotzding gewesen hier. So lieblos dahin geklatscht. Zehnmal die gleiche Waffe. Das war die lustigste Folge aller Zeiten. Leute, mir hat die Folge gefallen. Ich konnte die Map gut spielen. Halt die Klappe hier. Ich mache jetzt meine Playstation aus. Verkauf das Scheißspiel so wie Tino. Rage, Alf am Start. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Tschüssi. Willst du noch was sagen? Nö, ich sage, ich gehe jetzt raus. Sei nichts mehr. Ja. Das war's für heute.